Charles Fourier a.l. Fouillet war ein französischer Gesellschaftstheoretiker, ein Vertreter des Frühsozialismus und eine scharfe Kritiker des frühen Kapitalismus. Leben Charles Fourier war der Sohn von Marie und Charles Fourier, einem wohlhabenden Tuchhändler. Der Vater starb, als Charles neun Jahre alt war. Er besuchte ein humanistisches Gymnasium. Dem Wunsch seiner Mutter folgend begann er 1791 eine kaufmännische Lehre in Lyon und Ruin. Nachdem er als Nicht-Adeliger nicht für den Staatsdienst zugelassen worden war. 1793 nahm er in Lyon am Aufstand gegen die Herrschaft des Konvents teil. Nach dem Sieg der Regierungsstruppen wurde er gefangen genommen, kam aber nach Fürsprache eines Cousets frei, der Jakobiner war. Sein väterliches Vermögen verlor er teils durch Beschlagnahme, teils nach Fehlspekulationen. Fourier musste sich praktisch bis zu seinem Lebensende in ungeliebten Kaufmannsberufen durchschlagen, als Handlungsreisender, Kaufmannsgehilfe, Mackler und Kassierer. Alle seine Versuche, sich ganz den Wissenschaften zu widmen, scheiterten an Geldmangel. 1803 bis 1804 veröffentlichte er eine Artikelserie, in der er das erste Mal seine Ideen von der universalen Harmonie, der Berechnung der sozialen und erotischen Anziehungen, darstellte. 1808 erschien sein erstes größeres Werk, die Theorie der vier Bewegungen. 1815 bis 1816 zog sich Fourier nach Thalassioi im Bugay zurück und begann, seine zahlreichen Manuskripte zu redigieren. Ein erster Schüler, Just Miron, nahm mit ihm Kontakt auf. 1819 vollendete er den Grand Reté, den er stark gekürzt und von den erotischen Passagen befreit 1821 herausbrachte. Das Werk wurde von der Öffentlichkeit kaum beachtet. Nach einer finanziell drückenden Phase und einem unsteten Leben zwischen Besankon, Paris, Lyon und dem Jura erschien 1829 die klarste Formulierung der ökonomischen Aspekte seiner Theorie in die neue Welt der Industrie und Vergesellschaftung. Gegen Ende seines Lebens legte er sich mit Robert Thun und mit den Anhängern von Saint-Simon an, zerstritt sich mit seinen Schülern, wartete täglich um 12 Uhr mittags in seinem Haus auf einen Metzen, der ihm sein erstes Fallansterium finanzierte, wurde aber auch langsam bekannt und teilweise sogar gefeiert. 1835 bis 1836 erschien als letztes Werk zu Lebzeiten La Fausse Industrie. Am 10. Oktober 1837 starb Fourier in Paris in seiner Wohnung, die er, wie alle anderen zuvor, in ein Gewächshaus voller Blumen und Pflanzen verwandelt hatte. Hauptideen Fourier lehnte eine staatliche Vereinheitlichung in jeder Hinsicht ab. Er kritisierte die Tendenz vieler sozialrevolutionärer Modelle zu einer einzigen Kultur nicht nur im Gesellschafts- und Arbeitsleben, sondern auch in der Gefühls-, Beziehungs- und Gedankenwelt. Seiner Überzeugung nach entsteht gesellschaftliche Harmonie nicht durch Unterdrückung von Trieben, sondern durch das Ausleben der verschiedenen, in jedem Individuum anders konzentrierten, das Talent, die geistigen Fähigkeiten, das emotionale Leben usw. betreffenden Anziehungs- oder Assoziationskräfte. Er sah den glücklichen Menschen als ein durch Leidenschaften bewegtes und gesteuertes Wesen und er ist weit davon entfernt. Die Leidenschaften verändern zu wollen, glaubte er doch, dass sie durch gegenlaufende Leidenschaften zu sozialen Triebfedern in einem harmonischen, dem Aufflug des menschenförderlichen Ganzen integriert werden können. Zur Illustration dieses Gedankens lässt sich Isaac Newtons Theorie der universalen Schwerkraft und der Anziehung der Gestirne heranziehen. Wie die Sterne und Planeten, deren Gravitation ja eigentlich bewirken müsste, dass alles, was in ihr Schwere fällt, gerät, hineingezogen und verschlungen wird, durch den Ausgleich der Gegengewichte in harmonischen Kreisen gehalten werden. So bewirke auch die leidenschaftliche Anziehung unter den Menschen, freigelassen und in ihrem Zusammenspiel, die selbsttätige Ordnung zu einem gesellschaftlichen Kosmos. Ordnung war für Fourier also immer zusammengesetzte Ordnung und insofern diese ideale Ordnung von ihm als umsetzbares, sozial- und emotional-revolutionäres Modell ins Auge gefasst wurde, nannte er es vor Lahnsterium. Diese genossenschaftliche Ordnung, die Fourier meist Harmonie nannte, ist nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern auch eine Liebesgemeinschaft. Die asketische, teilweise durch christliche, speziell protestantische Theologie, geadelte Arbeitsmoral des Kapitalismus, die die körperliche Liebe zu einer Form der Belohnung degradiert habe, unterzog er in ihrer Zerstückelung einer radikalen Kritik. Dies gilt als wichtiger Beitrag von Fourier zur Geschichte des libertären Sozialismus. Eine Befreiung der Arbeit ist ohne eine Befreiung der Sexualität nicht möglich, und umgekehrt. Fourier gilt als der Vater des Begriffs Feminismus. Er beschäftigte sich intensiv mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau. In seinem Werk aus der neuen Liebeswelt schrieb er, die Harmonie entsteht nicht, wenn wir die Dummheit begehen, die Frauen auf Küche und Kochtopf zu beschränken. In seinem Werk die falsche Industrie arbeitete er seine Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen aus. Er sah darin die Versorgung aller Einzelnen in der Gesellschaft mit dem Lebensnotwendigen als ein Recht an und begründete es damit, dass das erste Naturrecht auf Jagen, Sammeln, Fischen, Weiden und damit auf die Beschaffung des Notwendigen zur Stillung des Hungers in der Zivilisation verloren gegangen sei. Seine Kapitalismuskritik verband Fourier immer wieder mit einem teils wütenden Antisemitismus. Handel, Kreditwesen und Finanzspekulation hielt er für unproduktiv, unmoralisch und für die Ursache zahlreicher Übel seiner Gegenwart. Ihre Auswüchse, namentlich Wucher und Ausbeutung, sah er im Judentum personifiziert, dass er nicht als Religion, sondern als Nation auffasste. Daher trat er dafür ein, die Emanzipation der Juden rückgängig zu machen und den Juden das Bürgerrecht wieder zu entziehen. Da Juden seines Erachtens keine produktive Arbeit leisteten, bezeichnete er sie als Parasiten. Um sie von ihren, wie er meinte, unproduktiven und schädlichen Tätigkeiten abzubringen, solle man sie zwangsweise Landarbeit in Falansterien leisten lassen. Einflüsse Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert hatte Fourier auf einige sozialistische Theoretiker großen Einfluss ausgeübt. Bekannt ist auch, dass der Vater des Philosophen und Psychologen William James Henry Jameson in seinen Ideen maßgeblich von Fourier beeinflusst worden war. Ein literarisches Denkmal setzten Fourier's Falansterium unter anderem im Römerdach mit seinem Theaterstück Die Tragödie des Menschen sowie Nikolai Goreylovich-Szerniszewski in seinem Roman Was tun? Erneut bedeutsam wurden die Theorien und Entwürfe Fourier's im Zuge der 68er-Bewegung. Deren Motto »Fantasie an die Macht« entstammte direkt der neuen Liebeswelt und einige der radikalsten Kommunenexperimente der 1970er-Jahre. Wie beispielsweise die aktionsanalytische Aktion des Wiener Aktionismuskünstlers Otto Mühl beziehen sich außer auf Wilhelm Reich. Auch auf Charles Fourier ebenso wie die Situationisten von ihm inspiriert waren. Auch Herbert Marcuse bezog sich auf sein Konzept einer freien Gesellschaft. Mit seinen Ideen zum Grundeinkommen hat Fourier den Philosophen John Stuart Mill beeinflusst. Der Fourier's Konzept in seinem Hauptwerk zur politischen Ökonomie in Teilen übernahm und es als die von allen Formen des Sozialismus am könnerhaftesten zusammengestellte, bezeichnete. Fourier's Schriften inspirierten im späten 19. Jahrhundert auch Antisemiten in der ökonomischen Begründung ihrer Judenfeindschaft. Werke Oeuvres Completes 12. B.D.E. Paris 1966 bis 1968 Außer den zu Lebzeiten erschienenen Werken ist zu nennen Les Novos Monde Amoureux, das etwa um 1820 entstand und 1967 in einer vollständigen Ausgabe zugänglich gemacht wurde. Dieses Werk stellte die kühnste und auch von seinen eigenen Schülern am wenigsten vertretene Idee Fourier's in den Mittelpunkt. Dass eine soziale Revolution nur verbunden mit einer sexuellen Revolution im Sinne der freien Liebe zum Ziel führen kann. Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen HSG Theodor W. Adorno Übers E. Lenk Frankfurt 1966 Die harmonische Erziehung HSG W. Appelt Berlin 1958 Aus der neuen Liebeswelt und über die Freiheit in der Liebe Auswahl und Einleitung Daniel Gehren Mit einem Anhang über die Freiheit in der Arbeit Einleitung dazu Marion Lukow Übers Eva Moldenhauer Wagenbach Berlin 1977 Der Philosoph der Kleinanzeige Ein Fourier-Lesebuch Übers Marie-Louise Frimont Auswahl umkommen Martin Burkhardt Ökonomisch-philosophische Schriften Eine Textauswahl Übersetzt und mit einer Einleitung herausgegeben von Lola Zahn Einzelne Stücke wurden 1846 von Friedrich Engels und 1975-76. von Marion Lukow übersetzt und veröffentlicht Über das weltweite soziale Chaos Ausgewählte Schriften zur Philosophie und Gesellschaftstheorie H. G. Hans-Christoph Schmidt am Busch Akademie Berlin 2012 ISBN 9783050049144 Zusätzlich verfasste er noch Texte mit den Titeln Die neue industrielle und sozietäre Welt oder die Erfindung eines anziehenden und natürlichen Industrieverfahrens Das die Arbeit in leidenschaftliche Serien aufteilt Die falsche, zerstückelte, abstoßende, lügnerische Industrie und das Gegenmittel Die natürliche, wahrhafte und anziehende Industrie, in dem er unter anderem sein Konzept für eine bedingungslose Einkommensgarantie entwickelt Ausstellung 2010 Le Cate Absolue Charles Fourier Musée des Boatsi d'Archeologie Besancon % elements Des Boatsi Versículo Vielen Dank.